Willkommen zu einem neuen Video Dr. Mario World. Wir beginnen direkt mit Level 56. Start. So, dann würde ich doch sagen, wir versuchen als erstes mal hier uns hier freizubomben. So. Okay, und dann den hier rein. So, den da hin. Wie ge... äh, wie gewonnen so zu runnen. Okay. Doppelt. Ja, das war mal wieder sehr klug von mir. Sehr klug von mir. Schön. Zack. 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 Und dann, äh, zack. Nein, nicht zack. Oh, das war ja auch wieder. Was will ich denn jetzt mit dem blauen hier? Oder mit dem roten. Was soll ich damit hier? So, jetzt kann ich den blauen hier unten reinfräsen. Und den, äh, abseide schieben. Den hier hin. Den da hin. Und, äh... Okay. So. 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 Okay. Und so. Hey! Das war ja mal simpel. Und Münzen. Wow, tausend Münzen, ey. Wahnsinn. So, direkt weiter. So. So, Level... Oh, warte mal. Start. Oh! Level 57. Wollte auch erstmal oben... Egal. Okay, ähm... So. Na, mal gucken. Was haben wir denn hier? Grün haben wir hier. Grün. Ja, wie kommen wir schon mal ran? Gar nicht. So. Jujubadubadu? Hm. Damit hau ich die Bomben weg. Aber, 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 ich weiß das nicht. Ob ich jetzt die Bomben weghauen soll? Ob ich die Dinger weghauen soll? Das, äh, ja. Ist eine gute Frage. O... O... Es... weh... Hm. Mal gucken, was da passiert? Boom! Hmhm. Hmhm. so war das nicht gedacht du hanswurst meine güte ja prima da hin da hin so jetzt kann ich den hier weg hauen hat nicht passt nicht passt nicht damit 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 oder ist noch ein wurde 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 so jetzt diese stimmen den reden oder dem blauen die grüne und drei sterne ist drei sterne für mich in level 57 auf geht's level 58 und los geht's so richtig richtig fies ich muss ich muss ich muss ja so nicht ich habe aber jetzt auch keine lust mich hier komplett zuzubauen verdammt erstmal ich muss mich aber hier auf eine art und weise zu bauen damit ich an diese blöden platzen dran komme oh mein gott das wollte ich doch gar nicht jetzt habe ich mich echt wieder zugeballert ey so jetzt kann ich die wenigstens mal runter jetzt brauche ich jetzt brauche ich jetzt brauche ich in die obere rei jetzt weg ich brauche den ich hier blau rein setze nochmal blau rein setze der roter herunter hole den roter herunter hole jetzt muss iche das wohnen jetzt muss ich aber noch mal noch mal mehr am besten am besten am bester am besten am besten am besten am besten hier haben wir die rote ja toll auf der rote obwohl sich die obere kann ich nachher noch wegkneiden das muss ich zusehen dass ich da unten das mache ich am besten dahin den grünen den roten lassen wir mal fort jetzt hauen wir die reihe weg genau so habe ich mir das gedacht jetzt haben wir die blauen hier auf den grünen zack oh nein ok dann so oh nein so war das nicht auch da hinten ist ja auch noch das haben wir hier zwei rote grünen blauen ich brauche einen roten den blauen holen wir hier rüber perfekt so läuft das so weiter level 59 warte mal schon mal die grad meine ziele ich habe wieder 4000 dann rekrutieren wir direkt mal wieder ein bin gespannt was diesmal kommt ein hammer bruder verlängert die kapsel schwebedauer mal 1,2 das der gegner ein talent ein gewählt ist eine 4 chance dass bei dir eine vertikale reihe beseitigt wird klingt so ganz gut oder warte mal was habe ich hier wer ist es die wird beim angrieren sofort füllt wird er hier er hat eine chance sich zu verteidigen um 2 prozent hier so ein hammer bruder holen lassen wir mal so ok und wir starten mit 59 was ist denn das schon wieder für ein gemurkse hier komm ich jetzt in die grüne gar nicht das habe ich mir schon gedacht die grüne und der blaue der rote und kommen wir hier ganz mal weg und diesen nutzen jedoch mal gerade schick hier unten in der ecke den hier benutzen den hier benutzen da wird man doppelt verwendet ok jetzt muss ich mal gucken damit kommen wir erst mal den hier oben weg danach kommt den grün und rot ja wohl blau brauche ich und erst den grünen weg den roten weg den blauen weg den grünen ja das ist im jem 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 warte mal schau mal die reiche weg dann habe ich hier platz für den und dafür jetzt haben wir hier rot rot grün blau blau ok so dann kommen wieder ein paar rote die haue ich am besten hier hin mit dem und dem da hin die blauen so grün hier hin und boop na schade ich hätte hier einen Stein auch weg gehabt aber egal ok das war level 59 mit 3 Sternen super auf geht's in level 60 und start wieder am start level 60 dann wollen wir mal schauen gucken wir mal wie weit was schaffen schaffen und die roten holt die roten alle raus jawohl einmal hier einmal da und da haben wir eine grünen einen blauen den holen wir mal die blauen zack nein egal dann kommt's grün 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 und der blaue und der blaue nein was machst du oh da bist ein 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 den weg den weg warte mal die haben wir zu schier hopp hm 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 da und da und da den blauen da den grün hier so hm 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 krün 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 ist ok dann knüppeln wir den da oh oh da da den nutze ich hier schön jetzt hm 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 mest blubbis 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 ja ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, warte mal, testen wir aus ja, toll, da war ein grüner schildkrötenpanzer so, blau kommt gleich ja, und wo nutze ich den blöden blauen? so, haucht gar nicht so, warte mal, den hauen wir mal hier weg ja, lustig, sehr lustig, da kommt ein doppelgrüner ja, egal, tun wir den mal da hin und den roten den roten und blauen tja, tja, tja ich weiß es nicht, ich weiß es nicht das kommt hm den mal da hin den da hin entstehen ach Mist jetzt jetzt ihm ja jetzt wir jetzt gäbe das wahrscheinlich keinen mehr warte mal hm ja ach ok elf Kapseln Ja, das liegt doch eigentlich. Oh. War ja. Rot. Jetzt fehlt mir noch. Der Blaue. So, den holen wir aber auch noch mit. So, so. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab Level 60 geschafft. Welch ein Wunder. Ich bin total begeistert. Endlich. Hab ich es geschafft. 500 Points Belohnung. Schick, schick, schick. Yeah. Okay, das war's dann mit diesem Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder bei Dr. Mario. No problem. Yeah. Das war's dann.